so hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge metal block solid wir fangen gleich mal wieder an schauen uns an und nehmen mit also hier brauchen wir fünf mias und eben empfehlen uns ein teleporter ein weiteres teil wir fackeln gar nicht lange sondern legen einfach gleich los ich habe noch eine karte das ist schön nach eigentlich wollte ich dich umgenatzen obst ist gut für deine gesundheit das weiß jeder und da unten gibt es schon gleich zwei mias perfekt brutzl na komm trau dich trau dich trau dich so der zweite mia sind es nur noch drei hat hier wo ist die nächste dahinten geht es weiter jetzt so weiter geht nicht weiter ja eben ist nämlich oben so gut dann dann da unten waren wir schon da oben waren wir schon fliegen mal dahin so bäm da oben ist einfach da oben ist einfach jetzt flieg hoch nein da oben ist keiner aber da so da haben wir dann selber einen schlüssel aufgeht komm runter wiedersehen so ja so 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 und noch mal und so zack 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 wiu das war knapp da geht es hoch und da hinten gibt es scheinbar noch mir so was der da drüben scheinbar ok da war einer so sind es nur noch zwei sind doch nur noch zwei oder herr müssten gut dann fliegen wir da rüber zack 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 wo geht es da weiter egal da hüpfen wir jetzt einfach runter bamm huiuiui heute habe ich nichts zu erzählen offensichtlich ne ich habe gerade quasi nur quatsch so dann flitzen wir da rüber und gucken mal ob wir da irgendwo raus genau zack 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 da ist immer noch nichts ui neiiiine naja ja versuch was jetzt wie sagt mein lieblings ne egal ich kenne jemand der sagt man kann immer nicht gewinnen das das fand ich hier dann passend so ich habe aber einen silbernen schlüssel das heißt ich müsste die tür doch aufkriegen so ging die gerade nicht auf ok gut und ich brauche noch einen bronzenen schlüssel und der ist offensichtlich irgendwo da unten aber da unten ist ah ok ich verstehe nicht na dann oh oh ihr erschieße oh oh ihr wollt mich ja ich wollte es gerade sagen so Schlüssel habe ich jetzt zwar nicht so sonderlich schön wie das jetzt gelaufen ist aber es ist gelaufen und wir haben diese Karte erledigt und das ist doch das was zählt gut dann die nächste Karte dann nehmen wir doch die überfluteten Tunnel Teil 4 was brauchen wir hier Wasserorb Scherben und noch zwei Mias einmal Wasserorb Scherbe und zwei Mias so bam ja von Mias habe ich noch irgendwas im Inventar? nein so dann müssen wir mal gucken wo es hingehen soll da hoch wirklich da hoch ne muss nicht da hoch sein eigentlich gehe ich davon aus dass es nicht da hoch ist so hier ist aber auch nichts na gut na gut ähm da komme ich doch gerade her was war das jetzt für ein Murks ah ja gut ähm da nicht nicht ähm da hin und guck doch mal okay dafür brauche ich aber einen goldenen Schlüssel goldenen Schlüssel habe ich nicht es gibt wirklich da oben was na gut sei es drum da komme ich am Schluss hin und da oben ist die Scherbe ach ja genau das war die Geschichte wo ich wo ich wo ich genau wo ich quasi hier reingesprungen bin eine Scherbe zwei Scherben äh warte mal ich dachte ich soll nur noch eine finden nein ich hatte zwei und ich habe gedacht ich müsste drei finden aber ich muss fünf finden ok gut wo ist die letzte die letzte ist da hinten oben na dann gucken wir doch mal bis es da weiter geht so wo sagt der hier jetzt da unten ah so das war jetzt ähm wie nennt man das interessant das war's genau das war interessant die Aktion da gerade eben deswegen werde ich da jetzt gar nicht weiter nachfragen einfach hier brutzeln was hier übrig bleibt gut und wenn ich den gerade hab dann gnatsch ich dich doch auch mal aus weil du mir auf den Nerv gehst so und dann können wir ja hinten wieder zurück ins Wasser weil wir ja jetzt den goldenen Schlüssel haben und damit den letzten mir retten können äh ich brauch noch zwei hab ich den nicht gerettet? ich dachte ich hätte einen gerettet hm offensichtlich nicht so da unten das heißt ich muss da lang ach ja genau ach ja das war ja diese Karte war eigentlich witzig aber ich glaub da bin ich auch viel zu oft gestorben kann das sein? ja mit Sicherheit so das ist ein mir gucken wir auf der Karte der andere ist rechts unten da 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 ah schon wieder ans mikrofon gekommen ganz toll so dann brauche ich hier noch einen bronzenen Schlüssel ja die Wasserorbscherben habe ich alle ich brauche einen bronzenen Schlüssel und das könnte nämlich sein dass der sehr wohl da war wo wo ich diese Sprengungsaktion veranstaltet habe haben ich haben Grammatik sein schweres Sprachmuster Karacho okay zurück zum Ernst des Lebens alles ist ernst so äh wo da wo dann ha 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 oh richtig okay ähm 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 ich finde den Ausgang nicht ich glaube es nicht muss ich da muss ich da unten durchtauchen ich fürchte ja das heißt ich fürchte ich denke äh ich weiß das sollte ich den Pferden überlassen weil die die größeren Köpfe haben aber manchmal ertappt man sich einfach dabei also manchmal wirklich wenn ich hier aufpasse da stehe ich dann da und denke äh oh ich scheine gerade zu denken nicht dass ich das gerne machen würde, wollte, müsste, dürfte, sollte wie auch immer aber manchmal steht man einfach da und denkt ich so ein Teil so da war er Gold okay so damit sollte ich alle blauen genau erledigt haben ich muss bloß noch zu diesem Typ hier hinlaufen pfff und dann sollt ihr hinlaufen ja hinschwimmen und dann sollte die Sache eigentlich gegessen sein und dann und dann und dann na denn ja so zack da ist es Und wir sind safe. Bäm. Ausgezeichnet. Ach ja. Gut. Wir haben noch... 1-2 Minuten. Ja. Egal. So. Das ist wieder ein guter Schnittpunkt, um zu sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen. Ich wünsche euch bis dahin jedenfalls viel Spaß und Freude bei allem, was ihr tut. Viel Glück vor allem, Gesundheit und tralala. Wir sehen uns das nächste Mal. Nö? Vielen Dank.